so letzte folge vor heute mal gucken ich bin ein bisschen besser drauf ich bin nicht mehr ganz so überfordert jetzt habe ich ja keine lust mehr ohne das so ich muss nicht muss ich jetzt immer noch auf nein muss ich nicht natürlich das war so nicht geplant skippen danke das ist so dumm das ist okay ja wo bin ich jetzt gerade hier bin ich da muss ich hin ich nehme auf die cluster karte da muss ich hin wissenschaftlern auf haval haval helfen na das mache ich doch lieben gerne zu spät das wieder landestelle hier finden oder wie sieht das aus so jetzt kann ich ja noch ein bisschen ein bisschen waffen upgraden sondern habe ich irgendwie bessere habe ich nicht auf jeden fall aber dann habe ich da meine mots pistole lauf 1 immerhin so besseres sturm wäre ich auch nicht zuerst der kampffitness ich sollte ich mal ein bisschen auf kampffitness gehen eigentlich wobei unbedingt so viel mehr waffen gar nicht notwendig aber trotzdem okay ich habe gar nichts neues ist ja scheiße aber die person finde ich ein bisschen kacke und ich vielleicht einen sniper nehmen vielleicht ist das ja ganz cool da habe ich sogar einiges thermomagazin also mehr dings präzisions gewährt präzision präzisions gewährt präzision präzisions gewährt präzision so machen wir es so weil mein gewicht ist glaube ich ein bisschen grot ist aber passt schon ich sehe schon wie das ein reakt ist einfach durch den stream Ich glaube nicht, es ist... Das ist etwas, was du nicht nach Hause sehen. Die Musik wird dramatischer. Teaser, ich spoilere das Spiel eben. Guck mal natürlich hin von davor. Idiot! Das ist Tobis Aufgabe, das Zitat zu Ende zu bringen. Ich darf das nicht. Hey, sieht voll schick aus hier. Ey, wieso ist das Spiel gerade... Ohne Scheiß, das Spiel ist gerade 300% besser geworden. Es ist immer noch viel zu überladen. Und wahrscheinlich fucks mich auch wieder ab, manchmal. Oh, damit geht mir so auf die Nerven. Hier sieht alles schon viel schicker aus. Und die Charaktere wurden auf einmal cool. Auf einmal habe ich eben auch eine Aufgabe. Das ist, äh... Gut. Tobis Lieblingssitat. Ja, das stimmt. Wenn das den Leid lügt, ja. So, was kann denn die Sniper eigentlich? Das habe ich natürlich zwei Waffen, die... ... quasi, äh... ... ja, Zielfernrohr haben, aber ist auch egal. Oh, das ist so Aufladekram. Okay. Sorry, ich wollte nicht stressen. Ups. Äh. Hui. Hm. Da hast du Scheibe vor, habe ich recht? Hey, na? Who the hell are you? Ich bin bei diesem Zitat aber auch nicht gut. Warte, spiele ich dann gleich noch. Und dann bin ich morgen ganz fit. Hoffen wir es. Ich auch hoffentlich morgen. Ich hatte auch kurze Idee, vielleicht noch vor unserem Treffen hinzugehen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Bist du morgen eigentlich auch zeitlich bedingt? Wahrscheinlich, ne? Sonst hätte ich gesagt, ich gehe erst zum Sport und wir nehmen dann auf, aber... Naja, ich will natürlich auch, falls du jetzt irgendwas geplant hast oder generell nicht... ... egoistisch sein und sagen... Ohlalalala. Erstmal am Einkram ist wichtiger, weißt du? Ich kann auch danach zum Sport. Ganz entspannt. Ich habe morgen eigentlich nichts vor. Aber ich freue mich sehr, dann... Ich werde morgen wahrscheinlich auch wieder einfach nur Dark Souls spielen. Ich habe voll Bock auf Dark Souls jetzt. Nachdem das echt... Das hat so einen Spaß gemacht heute. Ohne Scheiß. Ich bin zwar immer noch ein paar Mal dumm gestorben, aber ich hatte echt Spaß. Weil ich so jetzt so hinterkomme. Boah, das ist geil. 14 Uhr Sprechstunde. Ah ja, okay. Ja, ja, dann ne, dann alles klar. Dann machen wir's. Ganz entspannt um 9.30 Uhr. Wie komme ich da hin? Ach so, warte mal. Ja, okay. Einfach... Einfach mal klug sein. Einfach mal... Einfach mal... Einfach mal... Ja, zweieinhalb Stunden. Passt doch. Machen wir. Machen wir. Es ist riesig, einen Stranger über Havaro zu sagen. Du kennst die Gefahr. Ich versuchte, sie zu verabschieden. Aber sie will nicht meine Hilfe. Das sind sie. Die, die aus der anderen Galaxie. Ja. Raider, Kiran Dahls. Lied Scientist in DARPA-Lev. Ich muss nur sagen, Havaro ist schön. Das 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 ist die ganze Zeit. Wo ist der andere Team? Raider hat Erfahrung mit Remnant. Wir werden können mit ihnen helfen. Sie haben nicht gehört? Während der Team war die Monolith, etwas ist wirklich falsch. Sie wurden in eine Art Remnant-Statis-Fielde. Frozen in place. Unresponsive. Ich weiß, wie die Remnant-Technik arbeiten. Ich kann dir helfen. Raider hat ein Sein, ein Sein, ein Sein, ein Sein. Und ein Sein, ein Sein, ein Sein. Wie ist das schon? Fräsenjung und Templer-Fan-Treffen? Ich denke, das Alien kann helfen. Ich setze den Skeptisismus an. Der Monolith ist nicht weit von hier. Sieh, was du tun kannst. Aber bemerkbar. Wir wissen nicht, was die Statis hat. Und es kann wieder passieren. Zehn. Ich meine, die werden nicht alle kommen. Da bin ich mir richtig sicher. Aber hey. Die werden auf jeden Fall eine große Gruppe sein. Das ist doch cool. Aber ich muss die morgen auf jeden Fall durchsetzen und nicht die ganze Zeit wieder einfach da bleiben. Weil Saski das sagt. Ich will so... Eigentlich spätestens Mitternacht weg. Ich zum Beispiel nicht. Tja. Ich bin grad voll durch den Boden gewichst. Ich helfe dir. Kick mich einfach vom Server kurz oder so. Ich hab im letzten Planeten die Gegner nicht gescannt, ne? Ich bin so ein Hurensohn. So, was muss ich machen? Raus. Raus! Den bei den Monolithen gefangenen Forschern helfen. Natürlich. Haben sie ja grad besprochen. Hm. Wie komm ich denn da jetzt am besten hin? Wieso hab ich kein Auto hier? Ja. Ich hab gleich bis drei und du gehst früher. Gute Idee. Schön bleibt bis Sonntag. Stimmt. Das war noch letztes Mal, ne? Was war denn das nochmal? Ist ja nicht irgendwie voll lange in dem Discord geholfen geblieben? Was war denn das nochmal? Hilf mir nochmal kurz auf die Sprünge. Mr. Vergesslichkeit kommt wieder durch. Der wollte doch irgendwie so ein Rekord und ist dann so kurz davor ist er dann weggegangen. Oder so ein Blödsinn, ne? Er wollte seinen Schlafrhythmus nicht zerstören. Stimmt. Dann hat er erfahren, dass er irgendwie frei hat oder so, ne? Dann hat er gesagt, ach fuck it, dann tschüss. Ich will auch nicht meinen Schlafrhythmus schlören, deswegen bin ich um mitternachtsspätestens weg. Das ist einfach meine Lebensfähigkeitspunkte. Mensch. Ich finde diese komischen Dinger, wo du hier alles machen kannst, echt weird. Ich weiß auch nicht. Datenpels. Die will ich gar nicht lesen. Was ist mein Terminal eigentlich? Okay. Ich verstehe. Ich werde schon ein Help! Oh, falsche Waffe, ich sterbe, ich will mal was probieren, ich glaube es war eine Kräftekombo die ich gerade benutzt habe, ich muss ihn 100 Stück von machen. Das war cool. Überlastung. Warum hatten wir so dicke Panzerung? Voll zum Kotzen. Überlastung dauert ganz lange, wenn du ihn wieder aufladen. Ach warte mal, ich habe mein Team gar nicht angepasst, ich will nicht die beiden Doodys die ganze Zeit mitnehmen eigentlich. Das ist halt in den Bildschirmen so weird, weil bei ich das da oben vielleicht ändern, bei diesem Terminator. Wo war denn das jetzt? Will ich nur die beiden hässlichen Menschen mitnehmen? Ähm, wo waren das jetzt? Ach kacke. Äh ja, egal. Ähm. Wenn du das als Announcements verschicken lässt, kommt das by the way nicht in deinen OBS-Chat. Ah, ne gute Idee. Wie macht man das eigentlich? Ich habe das nämlich auch kurz mir überlegt. Oh, ich habe das gefunden. Ich dachte mir dann aber, ach, das ist auch nicht so wichtig. Trupp. Ich kann tatsächlich wechseln, das ist cool. Okay. Nehmen wir auf jeden Fall ihn mal mit. Den finde ich cool. Und... Ja, komm, nehmen wir die. Pipi. So, schon besser. Äh... Oh. Habe ich eine Matte dafür? Ja, cool. Uh! Moment, was? Naja, weg damit, Alter. Ich will Leben schon haben eigentlich. Äh, wie macht man das weg? Ah, so. Bäh. Aber Alternativen habe ich da nicht wirklich, ne? Oh doch. Ja. Fantastisch. Äh... Na, das ist schon besser, glaube ich. Ja. Aber nur so zwei Lümmel da, ist doch auch schon super. Hm, 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 hm. 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 Ich kann sogar das Auto tunen, das ist schön. Punkte verteilen. Okay, das ist ja sowieso der separate Bildschirm, ne? Ähm. Was? Was war das? Okay. Weil ich glaube... Ach doch, ich hab... Ne. Ja, zwölf. Genau, hier. Wollen wir ein bisschen leveln hier. Zack. So. Wo waren wir stehen geblieben? Hilfe! Ganz viele Ankündigungen. Warum ist das eine in... Lustig. Kann man sich die Farbe aussuchen? Einfach... Slash announced davor. Oder abgewandelte Commands. Ah, okay. Okay. Also quasi muss ich dann einfach nur bei... 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 Nightboard dann quasi den Slash announced davor lassen. Dann passiert das automatisch. Okay, das ist cool. Das mach ich mal. Danke. 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 Weil nah habt ihr Spaß bleibt. Magic Mushrooms sind schon auf jeden Fall schön. Manchmal. Ich spreche aus ganz viel Erfahrung, Leute. Ist unfassbar. Oh, warte! Wo ich die jetzt mal sehe hier. So ganz in general. Ja. Seht ja herrlich. Kannst du den Scanner draußen lassen. Auch wenn du angegriffen wirst. Ja, danke. Danke für nix. Kackspiel. Ich war gedruckt, du Dreckspiel. Willst du jetzt schon 17 sein? Ah! Schon so? Ich habe es jetzt gespeichert. Ja, dass wir jetzt die anderen da sind. Ja, nein. Ich habe es nicht gefeiert. Die Dauberflate. Die Dauberflate, die alle blaringen sind. Oh! Und wieder zu Hause. Ich gehe in den Schaden. Das ist schon so schön. Ich kann die Dauberflate. Scann den Bastard doch! Danke! Einfach mal fluchen, dann klappt's. Ich dachte, größer kommt jetzt kein Fluchen. Ja! Ich soll den Scanner wegpacken. Ich soll es lassen. Oh, das ist useless. Äh. Gibt auch kein Universal-Gelmedizin. Durch die Wand? Echt jetzt? Du, Horst. Das ist eine kleine B***. Das sieht aus wie eine B***. Oh Gott. Ich kann auch Leichen scannen, ne? Da war was. Naja, mehr oder weniger. Okay, ähm. Ich muss noch einen Schluck trinken. Fun Fact. Ich hatte früher auch viel mit gebrannten PS1-Spielen gezockt. Ich dachte mal, wenn ich mit einem Stift einen Spielnamen draufschreibe, dass ich das Spiel dann spielen kann. Hat nicht funktioniert. Schade. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Naja. Lustige Vorstellung auf jeden Fall. Ich habe Crash Bandicoot 3 aber auch falsch geschrieben. Also Smash Bandicoot geschrieben. Ich habe sie gefunden. Die Forscher sind in der Statis-Fielde. Genau wie Kieran sagte, dass sie sind. Ich glaube, wir müssen noch mehr Symbolen schauen. Ich glaube, wir müssen noch mehr Symbolen schauen. Moment, was jetzt noch? Achso, ich habe jetzt quasi auch noch andere Glyphen. Das ist ja lustig. Ja, okay. Ähm. Ja, 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 ja. Ist okay. Äh. Äh. Ja, das fragst du dich, ne? Nachdem es die ganze Zeit so ist wie... Wo endet das denn? Endet im Nichts. Das ist wrong. Äh. Gut, es endet aber auch nur da. Vielleicht ist es auf neiner Ebene. Ich habe es gefunden. Gut, dann gehe ich halt wieder. Hallo Tobi. Tschüss Tobi. The Lake Jane of Zelda. Was habe ich missen? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe das System am letzten Mal auch nicht so ganz verstanden, wie ich dann eigentlich diese Symbole bekommen habe. Äh. 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 Okay. The interface failed, Pathfinder. It appears that was incorrect. Also ich halt nicht verstehe. Ich habe ja anscheinend nicht diese richtige, die richtige Glyphen hier. Was mich so ein bisschen... konfuziert. Äh, den wollte ich da jetzt eigentlich nicht reinsetzen. Ich muss sagen, wenn ich so weiter keine Zeit... Äh. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt auch... Ich bin jetzt hier... Ich bin jetzt hier... oder muss ich wirklich alles füllen nacht scheiße das richtig so doku hier okay was hatte ich hier noch mal gerade den hier da kann ja logischerweise nur der rein können wenn man hier gespiegelt denken ja da kann ja nun der rein so nachdenken genau da können jetzt theoretisch zwei rein nämlich der oder der eine der muss dahin genau da kann dann der hin das ist richtig ja ich mache sowieso weder mich fehler das weiß ich ganz genau aber ist egal so der nicht das heißt das schlecht moment was ist das dreieck was fehlt auch das geht ja auch genau können wir hier schon beenden man kann das dahin regieren kann ist das spiel schlecht jetzt hat sie jetzt hat es wieder richtig einfach nur also hatte ich irgendwo ein fehler fein jetzt die symbole einfach gleich aus schwierig so haben wir denn jetzt schöne ist das hier das muss auch dahin dass dahin jeder dreieck geht das symbol so wir haben jetzt hier vier unterschiedliche symbole wir haben hierfür unterschiedliche symbole wir haben nach dafür unterschiedliche symbole dafür die symbole wir haben oben nach unten 400 in diesem bodemir für unterschiedliche symbole hier auch wenn das falsch ist danke hätte ich gesagt wir brauchen noch irgendwie das andere objekt da meine güte ich bin weiter pathfinder rider with the andromeda initiative i'm from another galaxy take a moment find your bearings more aliens out of nowhere and jow do none of you remember getting frozen frozen i don't understand we were just working on the monolith and then and then you appeared you should return we should make sure they return to the station who knows what lingering effects they might suffer from bist du in indien ja ok freunde der sonne aber ich würde sagen so antiklimaktisch sein darf hier werde ich jetzt den stream enden wir haben dinge geschafft fast vier stunden gestreamt schon wieder wow shorts trim ja jubi stream seit 19 uhr so spät kommst dann selber schuld morgen hast du mich ab 19 uhr die ganzen abend tobi ja du kannst nicht dann zählt geil endlich ja ich werde noch ganz schnell mal eben nicht logbuch sie alles im gleichen menü ist scheißegal ich habe nämlich es wurde wahrscheinlich gespeichert habe ich recht doch wohl gespeichert okay dass ich ihn abgelevelt habe ja zwei punkte übrigens jetzt auch nicht so viel ja cool was ich hier machen kann nach kodex lockt mich nicht ja und das reicht eigentlich auch nicht okay ähm wenn wir mal spiel speichern am ersten zwölften extrem doch schön so ja der ende des streams hat mir gerade echt besser gefallen so langsam nimmst ein bisschen an fahrt auch habe ich das gefühl so ein bisschen ich verstehe langsam ein bisschen mehr und der planet wird auch nicht mehr ganz so überladen und groß und verwirrend dann bin ich ja doch freue mich doch ein bisschen auf nächste woche ich habe eigentlich in das andere menü aber egal zehn prozent schon sieben ich glaube drei letztes mal vier heute ne cross einfach nur müde same so ein bisschen ich kann gut schlafen hey tobi ich habe übrigens ja auch noch mal erwähnt ich habe heute dark souls bis ich habe gestern abend noch mal dark souls angefangen und heute gespielt ich habe jetzt ungefähr zweieinhalb stunden gespielt und ich habe die gargolz gelegt also das was ich vorher in glaube ich fast zehn stunden oder so geschafft habe habe ich in zweieinhalb geschafft ist geil gut weil ich das auch schon das thema gesagt habe endlich die jetzt ja muss ich keine großen worte tschüss aufnahme